Ich möchte euch heute einen super neuen Online-Shop vorstellen. Dieser Online-Shop nennt sich Inspire und ich wurde schon vor ein paar Monaten angeschrieben und wurde im Voraus schon gefragt, bevor der Online-Shop überhaupt fertiggestellt wurde. Auch jetzt ist er wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, wo dieses Video online kommt, noch nicht zu 100% fertig. Aber es wird nicht mehr lange dauern, denn es werden auf jeden Fall über 8000 verschiedene Produkte von vielen verschiedenen Brands dort katalogisiert sein. Man kann sich Inspire so ein bisschen vorstellen wie ein Douglas oder Sephora. Wir haben dort wirklich auch die klassischen Marken wie Dior, Chanel, Prada. Ich habe von denen dort jetzt eine Anastasia Beverly Hills Konturpalette zugeschickt bekommen. Eine MAC Art Library Palette und zwar die bunte. Ich habe ja schon diese etwas nudigere, rosafarbene daheim. Und noch eine super schöne Palette von Milani. Also ihr könnt erkennen, auch hier wieder drei super tolle, große, bekannte Marken. Ihr könnt erkennen, ich glänze wie eine Speckschwarte. Das ist aber nicht, weil ich irgendwie arg schwitze, sondern weil ich meine liebste Nivea Foundation genutzt habe. Und die ist halt wirklich mega, mega glowy. Das war aber auch mit Absicht gewählt. Denn wie ich ja gesagt hatte, habe ich ja eine Anastasia Konturpalette daheim. Und das ist die hier. Ich habe noch nie irgendwas Faceproduktmäßiges von ihr ausprobiert. Und so sehen die Farben aus. Also super schön. Ich möchte das mit euch testen und zwar wirklich richtig intensiv. Und deswegen dachte ich, das geht natürlich nur, wenn ich glänze wie verrückt. Denn wir werden natürlich auch das Setting Puder benutzen. Und zuallererst würde ich gerne damit anfangen, mit meinem kleinen Schwämmchen von Maxim in dieses Banana Powder hier zu gehen. Und damit setten wir jetzt hier mal direkt unterm Auge. Wow, der Unterschied ist schon mal wirklich heftig. Also hier sieht man sogar ein bisschen weniger, glaube ich, von meinem Augenring, weil das jetzt schön glänzt. Und die andere Seite ist jetzt halt wieder so matt. Und dann fällt es gleich wieder mehr auf in der Kamera. Aber das Puder ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist so krass trocken. Das ist doch mal irgendwas betont. Ich finde, es hat hier richtig schön ausgeebnet. Fällt mir sehr gut. Jetzt machen wir mal das andere Auge. Auch hier wieder eine super tolle Korrektur, finde ich. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Banana Powder. Das nimmt mit dieser gelben Farbe einfach noch mal so ein bisschen Schatten weg. Und es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Jetzt würde ich dann tatsächlich gerne die erste Farbe hier benutzen. Die wird mir bestimmt zu hell sein eigentlich zum Setten. Aber ja, wir testen es einfach mal. Auch hier könnt ihr direkt erkennen, im Vergleich zur anderen Stirnhälfte. Hier ist es viel, viel matter. Jetzt bin ich ungefähr bis hier leider schon hin mit dem Puder. Aber ich denke, an dieser Stelle kann man erkennen, dass es auf jeden Fall schon weniger geworden ist. Es nimmt aber trotzdem nicht zu viel Glow weg. Also ich finde, da ist trotzdem noch einiges an Bewegung auf meiner Haut. Was richtig schön ist, ehrlich gesagt. Jetzt machen wir mal hier unten weiter. Denn ich muss auf jeden Fall das komplette Gesicht gesettet haben für die ganzen anderen Produkte. Ich muss tatsächlich sagen, dafür, dass die Farbe so weiß aussieht, macht sie jetzt eigentlich keinen großen weißen Effekt auf der Haut, muss ich sagen. Also es ist auf jeden Fall noch vollkommen im Rahmen. Aber dieses Banana Puder unter den Augen gefällt mir echt um einiges besser, als jetzt so im Gesamtbild das andere Gesicht. Weil ich das halt auch mit so einem Schwämmchen direkt ganz zentriert aufgegeben habe. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Also die beiden Farbtöne haben schon mal überzeugt. Haben wir natürlich kein Blush mit drin. Das heißt, wir werden Blush heute weglassen. Ich würde dann jetzt aber gerne mit so einem fluffigeren Pinsel in diese Konturfarbe hier gehen. Ihr könnt erkennen, das ist die kühlste von den drei Farbtönen hier. Und dann klopfe ich nochmal gut ab. Und dann setzen wir hier mal so die Kontur. Die baue ich einfach stückchenweise auf. Ich mag das lieber, ein bisschen langsamer zu machen. Dennoch mag ich eigentlich schon eine krasse Kontur. Also ich konturiere wirklich sehr, sehr selten. Aber wenn ich es tue, möchte ich eigentlich schon, dass man sie sieht. Weil sonst wäre das ja irgendwie voll schade. Aber es macht direkten Effekt. Ich finde, mein Gesicht ist gerade richtig dünn geworden. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe gerade wirklich viele Wassereinlagerungen im Gesicht. Deswegen sehen auch meine Augenringe so krass aus. Aber das ist einfach jetzt den letzten paar Schwangerschaftswochen geschuldet. Aber hier habt ihr mal den Vergleich. Ich tue mal kurz den Pony ein bisschen zur Seite. Und dann könnt ihr das erkennen, glaube ich, ganz gut, dass man hier wirklich eine wunderbar schöne Kontur hat. Und hier halt eben noch nicht. Das werden wir jetzt aber natürlich ändern. Also die Farbe ist auch wirklich sehr schön. Ich finde, für meinen Hautunterton, weil ich ja so ein etwas, so einen gelblich-olivenen Hautunterton habe, könnte sie ruhig ein Stückchen kühler sein. Also gerade so ein anderer Hautunterton macht da tatsächlich auch immer ein bisschen Probleme. Aber es ist auf jeden Fall noch im Rahmen. Also wie gesagt, es könnte kühler sein. Bei einer hellen Hautfarbe wäre das bestimmt auch relativ kühl. Also ich finde auch, dass sie relativ kühl ist. Auch wenn man hier natürlich trotzdem einen starken Rotanteil sehen kann. Aber sie wäre auf jeden Fall bei anderen Hauttönen kühler als bei mir. Und das ist jetzt gerade mal so die fertige Kontur. Jetzt nehme ich mal so einen größeren Pinsel und gehe damit mal in die Bronzerfarbe. Ich glaube, ich nehme mal die hier hinten. Die habe ich auch noch gar nicht benutzt. Und die klopfe ich gut ab. Und die setzen wir dann hier ein bisschen über die Kontur drüber. Also ich bin mal gespannt, ob jetzt gleich... Ja, ich denke, man kann es sehen, dass es jetzt ein bisschen wärmer und noch mal ein Ticken rötlicher ist. Wie gesagt, auch meinem Hautunterton geschuldet. Aber sehr schön, muss ich sagen. Also die Seite gefällt mir gerade richtig gut. Jetzt machen wir die andere Seite noch. Ich persönlich mag das auch sehr gerne, lieber einen Bronzer zu benutzen und einen Highlighter, als jetzt da noch Blush. Irgendwie kann ich mich mit Blush nicht so zu 100% anfreunden. Also Bronzer geht wirklich immer, aber Blush ist echt nicht so mein Ding. Gut, dann würde ich einfach sagen, wir gehen da noch in diesen Highlighter rein. Das ist tatsächlich ein Highlighter. Vielleicht könnt ihr den Schimmer erkennen. Ich glaube jetzt schon. Und den swatche ich euch mal neben die Konturfarbe. Und das ist er. Also wirklich kein riesen Glow. Was ich aber persönlich eh nicht so mag. Also ich bin zufrieden, wenn es weniger ist. Und die Farbe setzen wir hier einfach mal hin. Und dadurch, dass ich so einen fluffigen Pinsel genommen habe, sieht es jetzt auch nicht so extrem aus. Das war jetzt dann so der erste Rundgang mit dieser Palette. Und ich bin wirklich kein großer Facepalettenmensch mehr. Aber ich persönlich finde die echt gut. Ich habe, wie gesagt, noch keine Anastasia Beverly Hills Paletten ausprobiert gehabt. Und die gefällt mir wirklich, wirklich gut. Vor allem das Banana Powder hat es mir richtig angetan. Das habe ich heute schon zum zweiten Mal mit diesem Schwämmchen benutzt. Und ich bin wirklich absolut begeistert, was es unter den Augen macht. Aber bisher auf jeden Fall eine große Empfehlung. Dann haben wir natürlich auch zwei Lidschattenpaletten. Und zwar einmal die Milani Gilded Terra Palette. Die sieht so aus richtig schön. Wenn man sie so anguckt von außen, kann man sich direkt denken, passt perfekt in den Herbst. Und das tut sie tatsächlich auch. Hier haben wir die wunderschöne Palette von innen. Das Packaging von außen passt auf jeden Fall perfekt dazu. Und diese Farben sind einfach nur der Wahnsinn. Also ich habe noch keine Ahnung, was ich damit schminken werde. Die werden wir aber auf jeden Fall auf einem Auge benutzen. Und dann die andere Palette. Das ist diese MAC Art Library It's Designer Palette. So heißt die bunte Version sozusagen. Und so sehen hier die Farben aus. Wie gesagt, richtig bunt. Ist so wirklich eine etwas künstlerische Palette von MAC. Muss jeder für sich selber wissen, ob er sowas mag. Ich habe die halt genommen, weil ich halt so viel Auswahl wie möglich in einem Video für euch haben wollte. Es ist einfach echt schwierig, finde ich hier, einen Look damit zu kreieren. Aber wir werden es trotzdem tun. Und das heißt, die eine Seite wird wahrscheinlich krass bunt, die andere etwas softer, nudiger, denke ich zumindest. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir fangen mit der Milani Palette an. Ich starte mit so einem Pinsel und gehe damit in... Gehen wir mal direkt in diesen dunklen Grünton. Es wühlt sich ganz schön auf, aber es ist jetzt auch nicht zu viel. Also es ist noch vollkommen in Ordnung. Ist wahrscheinlich ein gutes Pigment. Und das stempele ich dann einfach hier so direkt hin. Und ihr könnt erkennen, die Farbe ist direkt da. Ich muss sagen, ich hatte oder habe eine Milani Palette, aber da finde ich die Lidschattenqualität jetzt nicht so gut. Aber der Ton hat mich echt dafür auch, dass es so ein dunkles, schweres Grün ist. Direkt aus den Socken gehauen, muss ich sagen. Dann drehe ich meinen Pinsel und gehe mal damit hier in diese obere braune Farbe. Die ist so ein bisschen heller, rötlich, würde ich sagen. Und die platziere ich dann hier so direkt nebendran. Mische das aber schon mal so ein bisschen mit dem Grün zusammen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Farbe, die sich auch echt gut mit diesem Grün ausblenden lässt. Dann machen wir jetzt nächstes Mal weiter mit diesem Rotton hier. Und den gebe ich jetzt komplett bis hier vorne hin auf. Ich versuche wirklich wieder so bunt wie möglich zu schminken, so viele Farben wie möglich zu benutzen, um einfach die Palette am besten wie möglich bewerten zu können. So, das ist der perfekte Übergang oder der beste, den ich momentan hingekriegt habe. Aber er gefällt mir sehr gut. Und ich finde, man erkennt auch gar nicht, dass ich braun, rosa und grün miteinander gemischt habe. Was ja eh schon so eine schwierige Kombi eigentlich ist. Aber man sieht davon nicht viel. Ich würde gerne jetzt auch passend die Farben dazu benutzen. Und zwar einmal diesen grünen Schimmerton, dann den hier und vielleicht ganz vorne die Farbe Glamping. Das würde ich jetzt einfach gerade mal so ein bisschen nebenbei mit euch machen. Beim Schimmer habe ich direkt gesehen, das wird jetzt nicht der krasseste Schimmer. Aber es ist doch mehr, als ich ehrlich gesagt gedacht hätte. Dann gehe ich mit einem anderen Finger in die lila eine Farbe rein und uuuuh. Und die gebe ich mir jetzt mal bis vorne hin. Und das Gold gebe ich mir dann sozusagen in den Innenwinkel als Highlight. Und ich gebe jetzt mal noch in die Mitte mit dem gleichen Pinsel, mit dem ich die matten Farben aufgebaut habe, gebe ich einfach in die Mitte nochmal ein bisschen was von diesem Schimmerbraun-Ton. Aber nur ein bisschen einfach, um diese Übergänge so auszublenden. Dann gehe ich, wie gesagt, in den goldenen Ton hier. Das ist die Farbe Glamping. Und die benutze ich jetzt dann für den Innenwinkel, wenn das mit dem Pinsel funktioniert. Ich habe das Gefühl, es kommt gerade kaum was. Ja, doch es geht. Also es könnte auf jeden Fall besser sein. Man kann sich das dann natürlich auch ansprühen, wenn man es möchte. Ich finde es jetzt nicht notwendig, weil mir reicht es ehrlich gesagt auch so. Ich habe mir das jetzt hier gerade unten schon mal so ein bisschen weggemacht. Aber ich glaube, man sieht es immer noch. Also meine Augenringe sind jetzt ziemlich dunkel, aber das ist jetzt auch halb so wild. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, noch diesen Duochrome-mäßigen Shade hier aus der Mitte aufzugeben. Der sieht nämlich wirklich sehr spannend aus. Den möchte ich unbedingt testen. Und auch hier ist wieder eine super gute Qualität. Also im Vergleich zu der anderen Palette, die ich habe, ist das wirklich der Wahnsinn. Vor allem auch, dass diese Palette jetzt gerade so gut in den Herbst reinpasst. Ist wirklich ein Glückstreffer. Und so sieht die Farbe jetzt aus. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein herbstlicher Look. Ich würde jetzt gar nicht mal zu lange jetzt über dieses Auge reden. Wir machen das dann danach. Ich würde sagen, wir springen direkt drüber zur MAC Art Library Palette. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt in dieses Rot, weil das schreibt mich hier aus der Palette am meisten an. Und ich habe keine Ahnung, was das werden wird. Ich fange jetzt einfach mal von vorne an und stempele mir die Farbe hier in den Innenwinkel. Also dieses Rot ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, so ein Rot habe ich noch nicht in meiner Schminksammlung. Vielleicht auch irgendwo in irgendeiner riesigen bunten Palette. Vielleicht in diesen Carnival-Paletten oder so von Be Perfect. Aber boah, diese Farbe ist wirklich so neonrotmäßig. Das ist richtig schön. Damit hatte ich jetzt auch irgendwie nicht gerechnet. Ich dachte tatsächlich, die kommt wie so normales Rot auf dem Auge raus. Daraus halt jetzt was zu machen, wird schwierig. Ich muss aber ehrlich sagen, im Sommer hätte ich mir diese Farbe einfach nur hier in den Innenwinkel gesetzt, einen Eyeliner gezogen, vielleicht mit der gleichen Farbe und dann wäre es das gewesen. Ich gehe jetzt direkt mit dem gleichen Pinsel in diese pinke Farbe hier, die direkt nebendran ist und versuche damit jetzt irgendwie einen Übergang zu erschaffen, was relativ schwer sein wird, aber ich glaube, es müsste klappen. Funktioniert tatsächlich ganz gut, aber ich finde, man merkt jetzt auch nicht so eine Riesenabstufung zu dem Pink. Ich muss gleich mal gucken und swatchen, ob das Pink vielleicht einfach nur nicht so... Ja, es ist irgendwie ein sehr hart gepresstes Pink. Also man kriegt auch irgendwie kaum was auf den Finger. Ist echt schwierig zu beschreiben. Hier könnt ihr es vielleicht sehen. Das Pigment ist sehr, ja, sehr dick gepresst. Ich weiß nicht. Also wirklich, das wühlt auch kaum auf, wenn ich da mit dem Pinsel reingehe. Ich kann richtig reindippen und da passiert irgendwie nichts. Aber es ist egal. Es bringt auf jeden Fall Farbe raus. Ich finde jetzt nur vom Vergleich zum Rottun war der Rot echt ein bisschen besser. Nehme ich tatsächlich mal einen anderen Pinsel und gehe damit in das Lila rein. Das hat so ein Satin-Finish, wenn nicht sogar schimmerndes Finish. Ich kann das irgendwie schwer erkennen. Ja, ich glaube, das ist so leicht schimmernd, aber wirklich nur ganz leicht. Und das tupfe ich jetzt hier so in das Pink mit über. Und das verblende ich dann schon mal so ein bisschen. Und gehe dann aber auch in das Schwarz rein. Das möchte ich unbedingt testen, weil Schwarz ist wirklich sehr schwierig. Das gebe ich mir jetzt hier unten an die Linie. Mir fehlt jetzt noch ein Schimmerton. Dafür würde ich tatsächlich gerne in den Ton hier gehen, weil das auch so eine Art Duochrome ist. Und die gebe ich mal hier hin. Also ich muss ja schon zugeben, dass der Look sogar ziemlich alltagstauglich aussieht. Ich nehme jetzt so einen kleinen, fester gebundenen Pinsel und gehe damit in das wunderschöne Grün. Und das gebe ich natürlich jetzt unten hin. Ich wollte es ja farbenfroh haben, also machen wir das jetzt auch. Jetzt bleibe ich beim gleichen Pinsel und gehe noch in das Gelb und blende noch mal das Grün so ein bisschen mit aus. Ich glaube, man kann ganz gut die Abstufung erkennen. Würde ich gerne diesen Blauton in den Innenwinkel geben, was auch nicht gerade üblich ist. Aber ich möchte es tun, denn ich liebe verrückte Sachen. Und den gebe ich mir jetzt einfach hier so hin. Und ich muss tatsächlich sagen, das macht sogar einen richtig guten Übergang zwischen oben und unten. Das verbindet so wirklich komplett miteinander. Und da möchte ich nämlich noch drüber geben, diesen silbernen Ton mit dem gleichen Pinsel. Und den setze ich mir wirklich zentriert hier an diesen mittleren Punkt. Das ist schon ziemlich geil. Mir gefällt es sehr gut. Ich bin dann soweit fertig. Ich klebe mal ganz kurz Wimpern auf und mache mal alles fertig. Und dann zeige ich euch alles noch mal schön in Nahaufnahme. Und wir kommen zu einem abschließenden Fazit. So, hier bin ich wieder mit meinem fertigen Look. Ich habe Wimpern und noch Lippenstift drauf gemacht und bin soweit fertig. Ich finde, die sind richtig cool geworden. Ihr habt ja schon meine Meinung zu der Konturpalette von Anastasia Beverly Hills gehört. Von der schwärme ich ja und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile lang so bleiben. Jetzt kommen wir mal zu den beiden Lidschattenpaletten. Ich würde sagen, wir fangen dann auch an, mal die Milani zu bewerten. Denn das war die erste, mit der ich gestartet habe. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich das Packaging und das Farbzusammenspiel hier drin wirklich unglaublich feiere, kann ich euch wirklich sagen, die Qualität hat mich wirklich vom Hocker gerissen. Gerade auch die Schimmertöne, bei denen ich es nicht erwartet hätte, sind übelst geil. Also anders kann man es wirklich nicht sagen. Und man muss halt auch wirklich zugeben, wenn man sich diese Palette anguckt, es sind zwar relativ viele warme Töne, aber man hat auch hier diesen wunderschönen Shade, mit dem man so einen sanften Hochzeitslook tatsächlich machen könnte. Oder so einen braunen Shade. Also das sind so schöne Farben, gerade die beiden kombiniert. Das wäre ein Traum. Und dann hat man ja auch genug Farben zum Miteinander ausblenden und so. Also ich finde es richtig toll. Mir gefällt die Palette wirklich, seitdem ich sie das erste Mal gesehen habe. Ich habe wirklich gebetet dafür, dass sie mir die auch mit zuschicken, weil ich finde die wirklich super toll und bin sehr, sehr froh, die jetzt in meiner Schminksammlung zu haben. Also wirklich qualitativ von den matten und den schimmernden Farben. Absolute Empfehlung. Und man muss dazu sagen, ich glaube die Palette kostet auf Inspire um die 22 Euro, was relativ günstig ist für eine sehr gute Palette. Also da kann man echt nicht meckern. Und dann die Make Art Library Palette. Ja, eine Palette, die mich tatsächlich jetzt doch mehr aus den Socken gehauen hat, als ich persönlich erwartet hätte. Was ich vor allem auch toll finde, ist wie super gut sich die Farben haben miteinander ausblenden lassen. Ich finde, hier merkt man wirklich die Qualität, die dahinter steckt. Der einzige Ton, der mir hier nicht gefallen hat, war der pinke Ton, weil ich persönlich finde, dass der zu fest gepresst ist. Bei den anderen mattentönen habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Also ich habe jetzt auch insgesamt fünf matte Töne. Sechs, wenn man den lilanen zählen will, weil er halt auch so Satin Finish hat. Das war der einzige, mit dem ich so starke Probleme hatte, sage ich mal. Und selbst der hat trotzdem funktioniert. Also auch wieder meckern auf hohem Niveau. Vielleicht wird es dann auch noch ein bisschen lockerer, wenn man öfters reingeht. Allerdings muss man natürlich sagen, öfters reingehen ist hier natürlich schwierig, weil wie oft benutzt man so eine Palette? Und dennoch bin ich erstaunt, dass ich tatsächlich den Look bis zu einem gewissen Punkt sehr alltagstauglich hatte. Also bevor ich wirklich hier unten angefangen habe und mit dem blauen Innenwinkel, fand ich, das sah sogar richtig schön, auch herbstlich sogar fast aus. Was ich hier wirklich gut finde, sind die Schimmertöne. Jetzt habe ich auch nicht so viele benutzt, aber die finde ich trotzdem tatsächlich sehr gut. Gerade auch der Duochrome Shade hier, der hat mir sehr gut gefallen. Und ja, den Goldton muss ich jetzt mal gucken, aber der wirkt sehr, sehr flockig, aber sehr gut. Also die sind ein bisschen härter von der Konsistenz, nicht zu weich. Was mir aber ein bisschen besser gefällt, weil das hatte ich in der anderen Palette tatsächlich nicht so. Da waren die ein bisschen cremiger und da haben sie dann auch nicht immer so gut funktioniert. Aber die hier sind trockener und ein bisschen besser. Das sind die beiden. Gefallen mir auf jeden Fall jetzt auch vom Swatch her sehr gut. Auf jeden Fall eine tolle Palette, sehr bunt, sehr extrem, was mir aber wirklich gut gefällt. Deswegen müsst ihr das einfach am Ende des Tages für euch selber entscheiden. Wenn ich mir die Farben angucke, ist es auf jeden Fall eine Palette, die ich sehr gerne jetzt in meiner Schminksammlung habe. Also von den drei Produkten, von dem Spaßfaktor her, in der Benutzung würde ich tatsächlich Milani auf Platz 1 setzen. Dann die MAC Palette auf Platz 2 und Anastasia auf Platz 3, aber nur, weil mir halt Lidschatten insgesamt viel mehr Spaß macht als jetzt Face-Produkte, weil ich tatsächlich im Alltag gar keine Face-Produkte benutze. Aber trotzdem alles super tolle Produkte. Ich kann mich nicht beschweren, ich hatte keinen Flop dabei, was sehr, sehr gut ist. Ich habe euch natürlich den Link zum Online-Shop unten gelassen, auch so wie die Links zu diesen ganzen Produkten, beziehungsweise drei Paletten. Das war es dann auf jeden Fall jetzt von mir und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video guckt und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!